HR3 ClubNight, da bin ich wieder. HR3 ClubNight, das war grad DJ Duck, heute mit Sven Feth. Und jetzt haben wir den DJ Tom von der Apeggiator. HR3 ClubNight. Mit dem Feth hier aus dem Oben und Studiogäste. Und der Open End, da können wir die Richter schauen, die Richter. Jetzt kommt der Pascal noch bis Viertel nach. Und dann mach ich den Rest, nicht wahr, nicht wahr. Das ist unser guter Bobby. Mit 1000 Beats. Und pulsiert schon. Chip, chip, chip. Microchip 3. Microchipbots, Chip 3. Die DJs, der Atta, der Heiko. Svejn und der Pauli. Also letzte Woche hab ich gehört, irgendwie, Samstagsabends, wenn ich spiele, haben wir so 170.000 Zuhörer. Da kommt aber alle zur Oben rein. Acqua 3. Ich bin ClubNight. Ne, was ist mit dem los, ne? So, jetzt war Schluss mit dem Krach hier, du. Das war das Mikrofon. Acqua 3. Mr. Sven Fede. Acqua 3. Acqua 3. Mr. Sven Fede. Alle drei. Alle drei. Präparat. Einen Augenblick, bitte. Und dann drehen wir die Platte einfach mal kurz um. Und legen sie wieder drauf. Und dann geht's weiter. Ich entschuldige beide zwei, drei Patzer. Aber die haben die Nadel geschrackt. Und die Posse sagt aber tschüss jetzt hier. Ja, 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 ja. Tschüss.